Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich nicht vergessen, dass ich außer dem Sohn Paul auch noch einen anderen Sohn habe, einen kleinen. Der heißt Rico. Und damit er nicht eifersüchtig wird, spiele ich auch ein Stück für ihn. Das heißt also daher für Rico. Sohn Paul. 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 Sohn Paul.